Und da wiederum, wenn der Hannes schon am Werk ist, stellt man wieder seine tolle Bandschalte mit ASS Seefeld ein. Vom 28. Juni bis 1. Juli, vier Tage, ein Event besonderer Ort mit Highlights, Entertainment, also tolle Künstlichkeiten. Eine vier Tage große Feier in Seefeld, ASS Seefeld. Beide die Sponsoren, Metzgerei Riedermittenwald, Transporte, Leonhard Neuerts und Gasthof Reiter Krause in Unterleutersch. Dankeschön für die tollen Sachpreise, dem Gasthof Reiter Krause Unterleutersch. Und jetzt kommt wieder Angriff auf die schnellste Zeit, bis dato Klotzdauer, immer noch die Segment der 50 Sekundenmauern. Und draußen Sündner Hannes aus Seefeld. Unterwegs für ASS Seefeld, sie moderiert schon diese große Eventveranstaltung. So, und jetzt der Senior, gefordert und gebraucht, Daurau-Wolfi am Vorstand. Daurau-Wolfi am Vorstand, Daurau-Wolfi am Vorstand, Daurau-Wolfi am Vorstand. Gestatten jetzt Daurau-Wolfi am Vorstand, Daurau-Wolfi am Vorstand. Daurau-René, Daurau-Wolfi am Vorstand, die drei Piloten sind sie, die heute einmal die Base vorgeben. Und jetzt die erste Zeit mit 1.50.03, 1.50.03 für den Sündner Hannes. Kommt die Maschine, er liegt, er liegt schon in den Hörstel, denn er ist ein komplettes Blick. Daurau-Wolfi am Vorstand, Daurau-Wolfi ist genauso, als bei Innsbruck. Daurau-Wolfi am Vorstand, der Eichlick, der Rund ist dabei auch viel weiter, und mit der Rund geht ganz genau, und mit der Rund geht ganz sicher. Da war der Wolfgang aus der Völz bei Innsbruck. Er müsste so 27 die erste Runde absolvieren können, dann wird es wieder Engbeeren führen. René und Klaus Michael, schauen wir mal, was macht der Wolfi jetzt? Der wird nicht den Bleifuß angehen lassen, vor allem wie es geht. Wo ist er? 28, ja! Da war der Wolfi, schauen wir mal. Wo er sich bewegt, der 58, 82, wird wahrscheinlich eine Zeit gewaltig gewesen. Laut meiner Vorhersage, was ich jetzt noch gesehen habe, bei der ersten Zieltopf war. Da war der Wolfgang. Da ist der Wolfgang. Ja. Au laha! Trruch! Das geht's hier! Halt, ha! Löffelst du dich? Ja, was? Wenn du dasst, du bist schon.